Gut, beim Altar war ich. Ja. Von hier aus kann ich nur da hinwerfen. Bis zum nächsten Mal. So, erstmal wieder hier rüber. So, erstmal wieder rüber. Das macht auch nicht viel, außer das zu... Hm. Wow. Wieder F9. Okay. Okay. Ja, das Problem ist, wie gesagt... Die Digger zermatschen mich. Hier geht's halt weiter nach oben. Ich muss halt irgendwie gucken, dass ich einmal links um den Berg rumkomme. Okay. 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 Das war wieder nichts. Okay. 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 Hubs... Hubs... Hm... Da habe ich mich jetzt fast Und ja, ich bin etwas ruhig gerade, weil ich überlege und versuche mich zu konzentrieren Was mir jetzt nicht ganz so gut klappt Das war wieder nichts Das ist echt tricky Okay Ich kriege die Falltür nicht zu Ich kriege die Falltür nicht zu Okay, ich habe den Rückweg gerade gefunden Ich kriege die Falltür nicht zu Der Knopf bringt da sicherlich nichts Aber ich kann hier jederzeit den Umweg nehmen, um wieder auf die Seite zu kommen Nein Ich glaube, wir werden wieder ein bisschen hier rumhängen Ich glaube, wir werden hier rumhängen Oh Nein Ich habe den Weg weiter gesehen Jedenfalls den Weg an dem Stein vorbei Das kann natürlich nichts werden So Also Hm. Oh, da war ich unvorsichtig. Hehehe. Okay, letzter Versuch für heute. Okay, da war ich wirklich wieder zu schnell und voreilig. So, da runter. So, da war ich. Okay. So, da war ich, ich habe ihn. Axis core and shield tomb left center right center right left you must death the lichlords mm-hmm tja das wird mich hier irgendwo runterschmeißen das bringt mir also nicht so viel das hätte mich hierhin gebracht gut zu wissen aber ich werde jetzt hier dann erstmal einen cut machen ich komme nämlich von hier aus leider nirgends hin außer nach unten also von daher bis gleich